Musik Beim Projekt Musik für Stummfilme improvisieren und komponieren unsere Studierenden Musik zu kurzen Stummfilmen. Sie erarbeiten ihre Stücke selbst mit einem professionellen Orchester und bringen sie an zwei oder drei Abenden live mit Filmprojektion zur Aufführung. Das Projekt findet im Netzwerk der Hessischen Film- und Medienakademie statt und wird von dieser gefördert. Musik für Stummfilme bietet vielfältige Lehr- und Lernmöglichkeiten. Workshops zu künstlerisch-ästhetischen Herausforderungen bei der Gestaltung von Musik zu Stummfilmen, zu Instrumentierung und zu Spieltechniken. Daneben eine intensive, individuelle Betreuung bei der Kompositionsarbeit und bei der dirigentischen Vorbereitung. Musik Die musikalische Auseinandersetzung mit der Kunstform Film, sowie die herausgehobene Zusammenarbeit, Probenarbeit, Konzertsituation mit der Kammerfeldharmonie Frankfurt und die intensive Betreuung durch ein Team aus Lehrenden und InstrumentalexpertInnen prägen die künstlerische und persönliche Entwicklung unserer Studierenden nachhaltig. Sie haben ein einzigartiges Lern- und Musiziererlebnis, welches sie häufig als einen Höhepunkt ihres Studiums wahrnehmen. Musik für Stummfilme ist für uns Studierende eine einzigartige Gelegenheit, um das im Studium in den Einzelfächern Komposition, Improvisation, Einstudierung und Dirigieren Gelernte zu bündeln und auf hohem künstlerischem Niveau anzuwenden. Die Teilnehmenden werden ermutigt, Herausforderungen anzunehmen, Neues auszuprobieren und zu entdecken und an ihren Aufgaben zu wachsen. Dadurch können sie zum einen musikalisch-handwerklich viel lernen, zum anderen wird aber auch besonders die künstlerische Identität und das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen gestärkt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020